Wir hatten einen Großbrand hier auf dem Gelände. Wir mussten deswegen, um unsere Existenz zu erhalten, schnellstmöglich eine Entscheidung treffen. Und die hieß, ein neues Erdenwerk zu bauen. Wir sind ein Saisonbetrieb, der überwiegend seine Umsätze bzw. Arbeiten für das Frühjahr macht. Und deswegen mussten wir schnell handeln und uns schnell entscheiden, eine neue Produktion zu bauen. Würden wir nicht rechtzeitig fertig werden für das Frühjahrsgeschäft, so wäre das Existenzbedrohend für das gesamte Unternehmen geworden. Wir haben bereits eine Woche nach dem Unfall den Markt sondiert und haben unter anderem die Firma Bäumer kontaktiert und haben dann in einer Schnellaktion die Firma Bäumer zum Gespräch eingeladen. Und das erste Gespräch war schon sehr fruchtbar und hatte uns schon ein gutes Gefühl vermittelt. Wir haben dann die Angebote eingeholt, die Konzepte auch uns vorlegen lassen. Und da hat uns das Bäumer-Konzept am besten gefallen. Und letztendlich sind wir dann bei Bäumer auch der Qualität wegen und des Termins der Fertigstellung geblieben bzw. zu Bäumer gekommen. Bereits einen Tag nach dem desaströsen Großfeuer, das wir hier hatten in Rhein, haben wir in der Geschäftsleitung und in der Führung von Terrasan zusammengesessen und haben überlegt, wie und mit welchen Partnern wir unser neues Erdenwerk wieder aufbauen können. Entscheidend für uns war dann, dass wir ganz, ganz schnell, nämlich vom September weg bis zum Januar, ein neues Erdenwerk aufbauen mussten. Bereits in dieser Phase ist der Name Bäumer zum ersten Mal bei uns im Hause genannt worden, weil nur wer in der kurzen Zeit es schafft, war für uns eigentlich der richtige Partner. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute sehen. Das war's für heute.